Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Ja, Wissenschaftler haben auf dem Mars einen neuen Riesenvulkan entdeckt. Einen Vulkan, der vorher völlig unbekannt war und der eine sehr interessante Möglichkeit bieten wird, in Zukunft dort auch zum Beispiel einen Rover abzusetzen. Zunächst einmal gucken wir uns Olympus Mons an, das ist der größte Vulkan auf dem Mars, auch immer noch. Der neue Vulkan ist nicht ganz so groß wie Olympus Mons, aber wir wollen uns die Gipferegion ein bisschen genauer anschauen hier, weil es geht um diese Strukturen hier. Wenn man das Ganze ein bisschen kippt, dann sehen wir, dass zur Mitte der Caldera hin, also zu dem Bereich, das ist der Gesamtbereich hier, das ist die Caldera, dass zur Mitte hin das Material abgesunken ist und diese Gräben hier erzeugt hat. Das heißt also, da ist das Ganze eingebrochen. Und diese Bruchstellen, die ihr hier seht im Gelände, das ist etwas, was eben charakteristisch ist für diese Art von Vulkan und eben auch für die Caldera eines Vulkans. Und was sehr interessant ist, und das ist eben auch die Entdeckung, die jetzt gemacht wurde, es gibt eben einen neuen Vulkan, den man entdeckt hat. Allerdings ist er durch Erosion schon ziemlich mitgenommen. Das heißt also, man sieht nicht mehr allzu viel von diesem Vulkan. Also dieses gesamte Gebiet hier, was wir hier sehen, das war mal ein Vulkan. Der hat tatsächlich früher genauso ausgesehen wie Olympus Mons, aber hier ist etwas passiert. Hier hat der Zahn der Zeit zugeschlagen, und zwar ein bisschen intensiver, als das bei Olympus Mons der Fall war. Es kommt nämlich immer darauf an, wann sich ein Vulkan auf dem Mars entwickelt hat. Als es noch Wasser, flüssiges Wasser auf der Oberfläche gab, und dann dementsprechend auch Erosion, vielleicht sogar ein Wettersystem, vielleicht hat es da auch geregnet, das darf man alles nicht vergessen, sind Strukturen, die sehr früh in der Zeit entstanden sind, als der Mars entstanden ist, eben auch wesentlich schneller verwittert. Aber man kann trotzdem noch erkennen, wenn man hier ein bisschen reinzoomt, nämlich genau in den Bereich hier, dass wir hier eine gewisse Ähnlichkeit erkennen können. Und zwar müsst ihr euch diese Strukturen hier ein bisschen genauer anschauen, also diese Wellen innerhalb dieser Region. Und das ist der Hinweis darauf, dass wir es hier ebenfalls mit einem abgesunkenen Bereich, einer Caldera, zu tun haben. Und da ist also dieser gesamte Bereich hier, das ist tatsächlich vulkanischen Ursprungs und hier gab es auch einen sehr, sehr großen Vulkan. Also ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, wie bei Olympus Mons auf der Spitze und die gesamte Struktur hier, alles das, was ihr hier seht, das ist der Vulkan oder die Überreste des Vulkans. Was man jetzt vermutet, in bestimmten Bereichen dieses vulkanischen Systems, also hier zum Beispiel, man geht davon aus, dass aufgrund von flüssigem Wasser und den Abläufen in der Nähe des Vulkans, das haben wir auch nicht vergessen, also Vulkan bedeutet immer auch Hitze. Und die Temperaturen dürften aufgrund der vulkanischen Aktivität hier in diesem Bereich relativ lang, relativ hoch gewesen sein. Deswegen ist es wahrscheinlich, dass eine chemische Reaktion dazu geführt hat, dass dort auch Leben entstanden ist. Und darum ist eine der nächsten Missionen, die man plant, tatsächlich zu diesem vulkanischen System und unter anderem eben auch der Peripherie der einzelnen Bereiche, in denen man auch gefrorenes Wasser vermutet, also Gletscher im Grunde genommen. Und diese bestimmten Bereiche könnte man dann untersuchen, denn in diesem Eis könnten Lebensformen eingefroren worden sein, vor sehr, sehr, sehr langer Zeit, aber trotzdem noch intakt sein, damit man sie untersuchen könnte. Na, also das ist eine sehr interessante Geschichte, die sich dadurch ergibt. Und es könnte durchaus sein, dass wir in ein paar Jahren in diesem Gebiet ebenfalls einen Rover haben werden, der diese, ja, oder das Gebiet dann durchforstet, um dort nach Leben zu suchen. Also das wird mit Sicherheit auch eine interessante Geschichte. Und ihr seht schon diese interessanten Strukturen auf der Oberfläche, das sind alle Sanddünen, die wir hier sehen, die aufgrund von Windverfrachtung entstehen. Und hier auch zum Beispiel der Bereich ist auch interessant, denn in dem Bereich sehen wir jetzt hellere Strukturen. Ist jetzt schlecht zu sagen, ob das jetzt, Anführungsstrichen, Eis ist oder ob es sich hierbei zum Beispiel auch um andere Ablagerungen handelt, Salze zum Beispiel. Denn es gibt Bereiche auf der Maasoberfläche, die sind ähnlich hell, und da gibt es den Nachweis schon, dass es sich hier um Salz handelt, also um Salze, also nicht Natriumchlorid, ja, sondern irgendwelche Chlorsalze, die nicht unbedingt lebensfreundlich sind. Also es gibt auf der Oberfläche des Maas sehr viele Salze, die absolut sterilisierend wirken. Also würdest du da Leben aussetzen, würde sofort eingehen, weil diese Salze so aggressiv sind. Aber das könnten auch Salzablagerungen sein, zum Beispiel auch durch, oder entstanden durch Wasser, welches dort dann, ja, verdunstet ist und eben diese Ablagerungen hier erzeugt hat. Da ist also dieser Vulkan, ist eine Möglichkeit in Zukunft auch wieder auf dem Mars nach Hinweisen zu suchen, dass dort irgendwann mal Leben existiert hat. Das ist natürlich jetzt aufgrund auch der neueren Untersuchungen mit den Rovern, die momentan unterwegs sind, wie zum Beispiel auch Perseverance oder auch Curiosity, ist es eher so, dass man wohl vermuten muss, dass die Wahrscheinlichkeit nicht größer wird. Aber wie gesagt, es gibt natürlich auf dem Mars verschiedene Bereiche, die interessant sind. Und aufgrund eben auch der Oberflächenstruktur des Mars, wäre es durchaus denkbar, dass Leben auch in der Kruste des Planeten entstanden ist und eben es nicht geschafft hat, zum Beispiel auf der Oberfläche Fuß zu fassen. Es könnte immer noch Leben geben auf dem Mars. Das ist auch interessant hier, was immer das auch ist hier. Äh, ja. Kann ich jetzt nicht genau sagen, was das da ist. Da fehlt jetzt die Auflösung ein bisschen. Es wirft auf jeden Fall einen Schatten in diese Richtung. Ähm, und, äh, ja. Man findet immer wieder auf der Mars-Oberfläche Dinge, die man jetzt nicht unbedingt gleich zuordnen kann, ne? Da ist es so, es gibt hier schon, ähm, war ab und zu was, wo man überlegen muss, was es denn ist. Aber in dem Fall gehe ich davon aus, dass das wohl ein Felsen ist, der hier ein bisschen exponiert ist. Ähm, und eben dann auch diesen Schatten wofür verursacht. Aber wissend tue ich es jetzt eher exakt nicht. Also das ist mir jetzt aufgefallen, ne? Weil das jetzt hier überhaupt nicht so reinpasst in das Bild, weil die umgebende Struktur einfach komplett anders ist. Aber gut, ja. Was immer es auch ist, ich kann es jetzt auch nicht genau sagen, äh, wichtiger bei der Geschichte ist eben, ähm, die Thematik, dass es hier auf dem Mars, ähm, ähm, tatsächlich Möglichkeiten gäbe, noch ein bisschen genauer nachzuforschen, ne? Ich neige bei diesem Programm, ich gebe es zu, ich packe euch den Link auch unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr euch stundenlang amüsieren und die Mars-Oberfläche durchforsten. Man findet teilweise wirklich sehr interessante Sachen und man lässt sich da auch ein bisschen ablenken, ne? Dass man dann sagt, Mensch, eigentlich will ich über diese Caldera sprechen äh, und, ähm, oder besser gesagt, über den Überrest dieser Caldera, die dort existiert hat. Aber siehste mal wieder was dann auf der Mars-Oberfläche und sagst, halt, das ist auch interessant. Auflösung im Übrigen gar nicht so schlecht hier, ne? Das heißt also, wir haben hier Aufnahmen des Mars-Reconnaissance Orbiter, die dann in eine Gesamtansicht überführt wurden äh, und hier kann man die gesamte Mars-Oberfläche, also würde man sagen, 90 Prozent der Mars-Oberfläche, dann wirklich Meter für Meter sich anschauen, ne? Ja, also hier zum Beispiel sehen wir, ähm, diese Streifen, die hier entstehen, das ist etwas, was, da fängt oben an, CO2 auszugasen, ja? Und, ähm, das führt dann dazu, dass es hier runterfließt, ne? Und der Sand unterhalb der Oberfläche, direkt unterhalb der Oberfläche, ist dunkler als der Sand, direkt an der Oberfläche. Und dadurch entstehen diese Streifen, die hier drin sind. Eine Zeit lang hat man hier tatsächlich vermutet, es könnte Wasser sein, was hier tatsächlich fließt, aber neuere Studien und auch bezüglich der neuen Untersuchungen und Simulationen haben ergeben, dass es sich hier wohl eher um ausdünstendes CO2 handelt, ne? In den, sagen wir mal, in den meisten Fällen. Also es gibt schon auf dem Mars tatsächlich auch Bereiche, zum Beispiel einen riesengroßen Krater, der ist so tief, ja, dass der Luftdruck in dem Krater reichen würde, dass flüssiges Wasser existiert. Also nur mal so zum Hinweis. Also auf dem Mars gibt es schon viele Besonderheiten, wo man dann sagen muss, ja, da gibt es schon interessante Orte, wo man mal ein bisschen genauer nachgucken könnte, ne? Zum Beispiel auch solche Gebiete hier, die jetzt zum Beispiel durchzogen sind von riesengroßen Sanddünen und dann eben auch von Gestein, welches durchaus jeder einzelne Stein, noch mal nicht vergessen, auf dem Mars ist tatsächlich wert, untersucht zu werden, ne? Aber gut, man plant eben jetzt hier, das ist auch bei der NASA-Webseite, oder besser gesagt bei CETI, ja? Die ursprüngliche Pressemitteilung stammt von CETI selber und deswegen geht es hier um dann die Planung einer möglichen Landezone für eine Mission, ja? Und das ist eine interessante Mission, die man dort vielleicht durchführen würde, eben aufgrund der Besonderheit eines riesengroßen Vulkanüberrests und eben der Voraussetzungen, die dort geherrscht haben. Wärme, Hitze über einen längeren Zeitraum, flüssiges Wasser dürfte es da auch gegeben haben. Wer weiß, vielleicht findet man ja hier dann einen Hinweis auf Leben. Aber ich packe euch jetzt mal dann definitiv diesen Link in die Videobeschreibung. Wenn ihr wissen wollt, wo das Ganze ist, habt ihr hier ja diese Zone hier, Wallis Marinaris, das heißt, oder Wallis Marinaris, Entschuldigung, was ihr hier seht und in der Verlängerung hier dann das Gebiet, wenn ihr dann ein bisschen reinzoomt, dann seht ihr hier eben auch schon in der Mitte die Reste dieser Caldera. So, mein Lieben, jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020